... für das Team aus Zwickau. Hier treten an die zweifachen ostdeutschen Meister Lisa Hiss und Annalena Roussini. Alexander Nehmann, Maximilian Nehmann, Philips, Schott und Bianca Müller sind vierfache Ostdeutschmeister und haben den dritten Tags bei den Jungs erstellt. Seit diesem Jahr mit neuen Sätzen dabei, Aline Zoller, Liesermann Roussini, Lisa Nehmann und Peter Wasser. Wir haben uns ein Jahr später erreicht. Ein großer Applaus, viel Erfolg bei uns. Wir freuen uns auf die drei Einladen-Mannschaften. ...